Und vielleicht noch ein Versuch. Ich will diesen Level heute noch schaffen, aber noch wenig Zeit, also so, zwei, drei Stunden, ja. Doch, ja, bis dahin soll ich ihn schaffen. Wäre nett, darf ich halt drei Stunden hochladen, wie ich immer wieder irgendwelche Abgründe springe. Aber hey, wer will sich nicht anschauen, wie ich zwei, drei Stunden in Abgründe und Gegner springe. Und, oh, in Abgründe. Oh, nein, da ist eine Plattform. Das wusste ich natürlich, ja genau. Oh, jetzt muss ich, nein, nicht Blöcke springen. Oh, ich hasse Blöcke springen. Ja, und Kanonenkugeln, ja. Ich habe dir wirklich gedacht, hey, wir lassen den Idioten jetzt über Blöcke springen. Und wenn er nicht runterfällt, lassen wir ihn von einer riesigen Kanonenkugel erschlagen. Haha, ich bin aber so gut, ich schaffe die ohne Probleme. Oho. Und wohin jetzt? Ach, einfach mal den Münzen nach. Wird schon passen. Was mache ich jetzt schon wieder? Mit das Menü möchte ich nicht, nein? Okay, das hat jetzt leicht geruckt. Oh. Oh. Was mache ich jetzt? Da lang muss ich, ne? Gegner töten. Stirb. Okay, ganz ruhig. Oh, weg. Schildkröle und tschüss. Ha. Yeah, hey. Jetzt habe ich es euch übergegeben, ja. So geht das. Legt euch nicht mit mir an. Ich mache euch fertig, ey. Wer es glaubt. Oh. Dann über jetzt, oder was? Oho. Ah. Wow. Ah, nein. Ganz toll. Äh. Okay. Ach so, das ist... Hä? Muss ich da hin? Nein. Ach so, da kommt man von oben hin. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Das muss ich nur wieder den ganzen Weg dann auf. Okay. Und dann, dann über. Nein. Also nochmal. Also dann über. Dann auf. Boah. Beschleunigungstaste. Ach, gibt's da ja nicht. Okay, also. Über. Über. Runder. Runder. Rüber. Rauf. Kreisverkehr. Immer im Kreis. Warum muss die so hoch sein? Warum? Schild sagt nach rechts. Ich sag, ich will lieber wieder runter. Denn unten gefällt es mir viel besser. Bin nämlich jetzt schwindelfrei. Also bleiben wir lieber auf dem Boden. Mh. Ja. Zwei Stunden später. Ich kletter immer noch die Bodenstange rauf. Yeah. Ja, gut. Allzu lang kann das jetzt nicht mehr dauern. Hoffe ich. Zwei Wochen später. Und ich kletter die Rancke rauf. Yeah. Und spring wieder runter. Oh, Mann. Also noch ein Versuch. Wenn's jetzt wieder nicht klappt, pausier ich und nehm wieder auf, sobald ich drüben bin. Jetzt falle ich wahrscheinlich gleich noch Abgrund. Ja. Ich würd sagen, ich mach hier ne Pause. Und wenn ich drüben bin, wo auch über ich hin will, mach ich dann mal weiter. So, nach geschätzten 17.178,25 Versuchen. Bei denen ich eine sehr genaue Karte aller Gräben aufgezeichnet hab. Naja, irgendwie so. Und ich spring einfach mal irgendwo hin. Äh. Bin ich endlich drüben und kann weitermachen. Yeah. Und nein, ich werde nicht sagen, wie oft ich das jetzt machen musste, weil ich es endlich geschafft hab, auf diese verdammte Plattform zu kommen. Oh, da ist wieder was, dass ich reinspringen kann, um klein zu werden. Hey, ich bin doch groß. Haha. Oh nein. Wie kommen da jetzt? Oh, ganz viele Blöcke. Yay. Meine Lieblingsbeschäftigung, über Blöcke zu springen. Und da ist ein Schild. Und hoffentlich auch bald mal ein Ausgang. Ich will endlich mal weiter. Oh, jetzt hab ich fast noch reingesprungen. Spiel heute mal wieder grauenhaft. Oh. Jawohl. So. Ich seh die Tür. Und ich bin durch. Yay. Oh, das sind noch ganz viele Meerwelten. Ja, ich wusste jetzt fast schon. Egal. erstmal speichern